Hallo, ich bin Jana Lukas und ich möchte euch heute mitnehmen ins Berchtesgadener Land und möchte euch meinen aktuellen Roman, Die Liebe kennt den Weg, zurück vorstellen. Das ist der erste Teil der Mühlschwestern-Trilogie und das ist eine Geschichte, die mir schon ziemlich lange im Kopf rumgespuckt ist. Das Problem bei dieser Sache war nur, ich hatte keinen Ort, an dem es spielt. Ich habe mir so überlegt, ein Berge, so ein idyllisches See oder vielleicht ein Fluss, wäre ganz nett, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wo ich diese Geschichte ansiedeln soll. Und dann bin ich einfach mal so ein bisschen Schauplatz-Tindern gegangen und habe diesen Flecken Erde hier gefunden. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe diesen Ort gesehen und war sofort verliebt. Und für mich war völlig klar, genau hier muss diese Geschichte spielen. Und das ist ein See im Berchtesgadener Talkessel und den habe ich ein bisschen umbenannt in den Sternsee. Das ist der Ort, an dem die Mühlenschwestern spielen und das ist der Ort, an dem ich euch jetzt mitnehmen möchte. Glatt wie Glas lag der Sternsee im frühen Licht des Tages. Über den Bergspitzen des Tals färbte sich der Himmel in einem zarten Rosa. Hanna Falkenbergs alte Chucks waren nass vom taufeuchten Gras, durch das sie gelaufen war. Sie drehte sich um. Die Fußspuren, die sie auf der Lichtung hinterlassen hatte, waren nicht zu übersehen. Dann blickte sie wieder auf das Wasser hinaus. Smaragdgrün schloss es die zwei kleinen Felseninseln ein, auf denen sich Kiefer, Moose und Farne gegen die raue Witterung der Berge behaupteten. Nebelfetzen tanzten über das Wasser wie Feen. Hanna starrte auf das Szenario, als könne sie ein Negativ davon in ihren Erinnerungen verankern. Sie war dabei, die Welt zu entdecken, hinter die Gipfel zu schauen, die das Tal einrahmten. Manche nannten es Flucht. Sie bezeichnete es als Aufbruch. Sie war in Sternmoos aufgewachsen, hatte die ersten 18 Jahre ihres Lebens hier verbracht. Doch in der letzten Zeit nahmen ihr die Berge die Luft zum Atmen. Das Tal verursachte ihr Platzangst. Das Gefühl, auf der Stelle zu treten, wurde von Tag zu Tag mächtiger. Sie musste hier raus. Einfach weg. Sie wollte die schönsten Orte der Welt fotografieren. In Berchtesgaden war jedes Motiv, jeder Stein, ja jeder verdammte Gras haben schon einmal im Bild festgehalten. Hier gab es nichts mehr, womit sie ihre Kreativität füttern konnte. Warum nur fiel es ihr so schwer, den Blick vom See abzuwenden? Ihre Tante Luisa wartete auf dem Hof der alten Mühle auf sie. Ihr großer Rucksack und die Kameratasche waren bereits in ihrem Wagen verstaut. Sie mussten bald aufbrechen, wenn Hanna ihren Zug nicht verpassen wollte. Es blieb nur eine Sache. Sie blickte auf den Brief, den sie in der Hand hielt und atmete tief durch. Es war feige, das Tal auf diese Weise zu verlassen. Jakob würde ihr nicht verzeihen. Wahrscheinlich würde er sie sogar hassen. Sie schluckte. Doch egal, wie sie es auch drehte und wendete, er würde sie nicht verstehen. Seine Zukunft lag hier. In der Werkstatt seines Vaters. Bei seinen Freunden, der Bergwacht. Hanna hingegen. Ihr gehörte die Welt, wie Luisa immer sagte. Und die wollte sie erobern. Entschlossen wandte sie sich um und ging zu der knorrigen Kiefer hinüber, in deren Spalt Jakob und sie immer kleine Botschaften für den anderen hinterließen. Ihre Hand zitterte, als sie den Umschlag in das Versteck schob. Die Baumrinde fühlte sich rau unter ihren Fingern an. Ein kleiner Klecks Harz blieb an ihren Fingern haften und hüllte sie in einen unverkennbaren Duft der Lichtung. Vielleicht würde Jakob sie ja doch irgendwann verstehen. Ein letztes Mal blickte sie auf den See. Wir haben zwei ältere Schwestern. Zum einen die mittlere, Rosa. Rosa ist Müllerin oder auch Verfahrenstechnologin für Getreide- und Futtermittelwirtschaft, wie Müller auf Neudeutsch heißt. Und Rosa betreibt zusammen mit ihrer Tante Lu die alte Mühle. Also in Zeiten wie denen jetzt ist sie vermutlich eine der wenigen, die über einen riesigen Mehlvorrat besitzen, ohne dafür extra Hamstern gehen zu müssen. Und die älteste Schwester ist Antonia und Antonia ist Hebamme im Berchtesgadener Land. Und Hannah, das haben wir jetzt schon gehört, ist Fotografin. Sie ist jetzt zehn Jahre um die Welt gereist, hat die schönsten Orte gesehen, hat wundervolle Fotos gemacht und ganz tolle Abenteuer erlebt. Aber jetzt ist tatsächlich ein sehr traumatischer Unfall passiert, der sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat und bei dem sie verletzt wurde, nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch seelisch. Und sie eigentlich im Moment nur eine Möglichkeit hat, erst mal nach Hause zurückzukehren. Und der eine oder andere von uns hat das bestimmt schon mal erlebt, wie das ist, wenn man so in das Elternhaus zurückkehrt als Erwachsene. Und dann so die überfürsorgliche Mutter, also sehr liebevolle, aber auf jeden Fall sehr überfürsorgliche Mutter, anfängt einen zu pflegen und damit völlig in den Wahnsinn treibt. Und genau so geht es auch Hannah und sie flieht so ein bisschen vor dieser Überfürsorge ihrer Mutter in das Gästezimmer von ihrer Tante Lu, in die alte Mühle. Und dort fängt sie dann langsam auch an zu heilen. Daran einen großen Anteil haben natürlich auch ihre Schwestern, die zwar sehr neugierig sind und immer gerne auch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen, egal ob man ihre Meinung jetzt hören will oder nicht. Aber sie fangen Hannah natürlich auch auf, und zwar genau so, wie man sich das von ganz tollen großen Schwestern wünschen würde. Und die drei haben auch einen so ein bisschen geheimen Platz, den sie schon seit ihrer Kindheit haben und wo sie sich treffen, wo Geheimnisse ausgetauscht werden und der für die drei so ein bisschen magisch ist. Und dieser Ort ist der Dachboden der alten Mühle. Und genau dort treffen wir die drei Schwestern jetzt. Hanna hatte ihre Kleider in Luisas Gästezimmer abgestellt und war dann die schmale Treppe zum Dachboden der Mühle hinaufgeklettert. Die Staubwolke, die aufstieg, als sie die Bodenluke aufstieß, brachte sie zum Niesen. Sie zwängte sich durch die schmale Öffnung und betrat den magischen Ort ihrer Kindheit. Schon lange hatte sie nicht mehr an diesen Raum gedacht und war seit ihrem Weggang aus dem Tal nie wieder hier oben gewesen. Aber jetzt stellte sie fest, dass er auf ihr 29-jähriges Ich den gleichen Zauber ausübte, wie auf das Kind, das sie einmal gewesen war. Im Zwielicht, das durch das Giebelfenster fiel, tanzten die Staubkörnchen zu einer stillen Melodie. Hanna blickte nach draußen. Sie sah den See und den Sternenmoos. Auf der anderen Seite konnte sie das helle Wasser des Baches zwischen den Bäumen und Felsbrocken verschwinden sehen. Eingebettet in eine tiefe Schlucht rauschte das Wasser das Tal hinunter. Hier oben, auf dem Dachboden der Mühle, hatte Hanna früher das Gefühl gehabt, zwischen dem See und den Bergen zu schweben und auf die Welt der anderen herunterzublicken. Jetzt schaffte ihre Fantasie es nicht mehr so spielend, sich aus der Realität auszuklinken. Und doch brachte der Raum eine Art Aufatmen mit sich. Inzwischen war die Sonne vollständig hinter den Bergen versunken. Die ersten Sterne glänzten am dunkelblauen Firmament. Nur noch ein paar Minuten und die Nacht würde im Tal aufziehen. Hanna überlegte sich gerade wieder nach unten zu steigen, als sie Schritte auf der Treppe hörte. Im nächsten Moment wurde die Luke aufgestoßen und Rosas Kopf erschien. »Hey«, sagte sie, »wir haben uns schon gedacht, dass wir dich hier finden, nachdem du weder zu Hause noch bei den Pferden warst.« Sie kletterte auf den Boden. Von ihrer rechten Hand baumelten drei Flaschen Berchtesgadener Hofbräu. Als sie oben war, hielt sie die Luke weiter auf, damit ihre älteste Schwester heraufklettern konnte. »Wie geht es dir?«, fragte Antonia und kam zu ihr rüber, um sie zu umarmen. Hanna seufzte, erwiderte die Umarmung aber, »Lässt du dir irgendwann mal eine andere Frage einfallen?« »Bekomme ich irgendwann mal eine ehrliche Antwort von dir?«, stellte ihre Schwester die Gegenfrage. »Mama hat sich ziemlich aufgeregt wegen deines Abgangs in der Blüte«, ergänzte sie. Hanna starrte in die Schatten, die sich in der Dunkelheit in den Raum geschlichen hatten. »Da habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert«, gab sie zu. »Ich wollte sie nicht verletzen, aber«, Hanna wusste nicht, was sie weiter sagen sollte und war dankbar, dass Rosa, die die Bierflaschen abgestellt hatte, ebenfalls zu ihr herüberkam, um sie zu umarmen. »Hey«, sagte sie, »was steht ihr denn hier im Dunkeln?« Sie kehrte zur Luke zurück und bückte sich in der Ecke. Im nächsten Moment flackerte um sie herum Licht auf. Erlosch flackerte noch einmal und kam dann zur Ruhe. Was fasziniert blickte Hanna nach oben und drehte sich einmal um die eigene Achse. »Wow, das ist ziemlich cool, oder?« Rosa grinste breit. »Die Lichterketten, die überall im Gebälk verteilt waren und die Hanna zuvor gar nicht bemerkt hatte, zauberten ein warmes Spiel aus Licht und Schatten auf die Gesichter ihrer Schwestern. In ihrem Inneren breitete sich der Wunsch aus, diesen Augenblick in einem Foto festzuhalten, mit geradezu schmerzlicher Intensität aus.« Ja, denn das ist auch eines der Probleme, die Hanna nach ihrem Unfall hat. Es ist nicht nur so, dass sie verletzt ist und dass sie ihre Seele darunter leidet. Sie kann auch keine Fotos mehr machen. Aber es wäre ja kein Jana-Lukas-Roman, wenn er keine Happy-End-Garantie hätte. Und deshalb besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass im Verlauf dieser Geschichte Hanna diese Fähigkeit zurückerlangt. Und wenn wir schon von Happy Ends sprechen, fehlt natürlich auch noch der Mann in der Geschichte. Und das ist in diesem Falle Jakob. Jakob ist Hannas Jugendliebe. Die beiden waren schon zusammen, als sie noch im Tal gewohnt hat. Außer Hanna hat er eigentlich hauptsächlich Oldtimer und Autos geliebt. Der ist damals schon immer mit seinem selbst restaurierten VW-Bulli mit ihr durch die Berge geheizt und hat das dann auch zum Beruf gemacht. Er ist inzwischen recht erfolgreich, hat ein eigenes Unternehmen, restauriert Oldtimer und hat jetzt gerade eine Beziehung beendet, die nicht mehr so wirklich funktioniert hat. Und jetzt treffen die beiden wieder aufeinander. Und natürlich sind die alten Gefühle zwischen Hanna und Jakob sofort wieder da. Vor allen Dingen einfach, weil ganz viele Sachen zwischen den beiden auch nie ausgesprochen wurden und irgendwie noch im Raum und in der Luft hängen. Aber beide sind sehr vorsichtig. Hanna zum einen, weil ihr sowieso klar ist, dass sie nicht lange im Tal bleiben wird und wieder in die Welt hinauszieht. Und Jakob im Prinzip aus dem gleichen Grund. Er befürchtet, dass Hanna wieder die Flucht ergreift und ihn hängen lässt, wie sie es schon mal getan hat. Und in diesem Zusammenhang gehen wir jetzt noch mal an diesen Ort, genau diesen Ort zurück. Könnt ihr euch diesen Blick noch mal anschauen, den man hier hat. Genau so ist der Blick, den Hanna jetzt gerade hat, in dem Moment, in dem wir sie auf ihre Lichtung treffen. Und dort möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch mit hinnehmen. Als Jakob am Morgen aufgestanden war, hatte er nicht ahnen können, dass er am Abend gleich zwei seiner Ex-Freundinnen in seiner Wohnung stehen würden. Er war erleichtert, dass zwischen Chrissy und ihm jetzt alles geklärt war und sie nicht mehr ihre Illusion von einer Beziehung hinterher jagten. Hanna hingegen? Wieder tauchte ihr Bild vor seinem inneren Auge auf. Die Euphorie in ihrem Blick, als sie die Fotos gemacht hatte. Die honigblonden Haarsträhnen, die der Wind ihr ins Gesicht geblasen hatte. Scheiße, murmelte er. Chrissy hatte recht. Hanna blieb nicht mehr lange in Sternmoos, aber noch war sie da. Und bis sie wieder ging? Entschlossen drehte Jakob das Wasser ab und griff nach einem Handtuch, als er aus der Dusche trat und ging ins Schlafzimmer. Boxershorts, Jeans, T-Shirt. Mit den Händen fuhr er sich durch die Haare. Sie würden von selbst trocknen. Er zog Flipflops an, trat auf seine Terrasse und warf einen Blick auf die Lichtung am Sternsee hinüber. Er hatte sich nicht getäuscht. Jemand saß am Ufer des Sees und starrte die Berge auf der gegenüberliegenden Seite an. Von seinem Standpunkt auf war die Person zu klein, um Details zu erkennen. Und doch wusste er, dass es Hanna war. Jakob kehrte in seine Wohnung zurück und griff nach seinem Handy und den Wohnungsschlüsseln. Dann zögerte er. Eigentlich hatte er sich längst entschieden und doch war er sich nicht sicher, ob er nicht einen riesigen Fehler beging. Was meinst du? fragte er seinen Hund laus. Mache ich mich zum Idioten, wenn ich zu ihr gehe? Der Hund enthielt sich einer Meinung und sah ihn nur mit schräg gelegtem Kopf an. Ja, wahrscheinlich ist das nicht meine beste Idee. Zwischen Hanna und ihm knisterte es wie verrückt. Das beherrschte seine Gedanken. Es gab in Sternenmoos nichts, was sie auf Dauer halten würde. Aber bis zu dem Moment, in dem sie ihren Koffer erneut packte, konnten sie dem Verlangen nachgeben, dass die Luft zwischen ihnen pulsieren ließ. Vielleicht schaffte er es ja dann, sie von ihrem verdammten Sockel zu heben, von dem sie herablächelte. Und die ständigen Gedanken an sie abzuschütteln, falls Hanna genauso dachte wie er. In ein paar Minuten würde er es herausfinden. Jakob ließ die Mühle hinter sich und überquerte den Bach auf der schmalen Holzbrücke. Rechts von ihm blitzte der See durch die Tannen. Der Trampelfahrt schlängelte sich um riesige Findlinge, die auch jetzt in der Kühle des Abends die Hitze des Tages abstrahlten. Da war sie. Mit dem Rücken zu ihm saß Hanna auf einer Patchwork-Decke. Die Knie an die Brust gezogen, die Arme um die Beine geschlungen, starrte sie zum Hochkalter hinüber. Wenn er sich nicht täuschte, hatte sie ihre Haltung nicht geändert, seit er sie von der Terrasse aus erspäht hatte. Doch als sie ihn näher kommen hörte, blickte sie ihn über die Schulter an. Einen Moment verhackten sich ihre Blicke. Das Band, das er bereits bei ihrem ersten Treffen im Blatt und Blüte bemerkt hatte, zog ihn unaufhaltsam in ihre Richtung. Hanna erhob sich und schaute ihm weiter entgegen. In ihrem Gesicht stand die unausgesprochene Frage, was er hier verloren hatte. Was hatte er, verdammt nochmal, hier verloren? Jakob wollte sich diese Frage nicht beantworten, nicht nachdenken. Er ging einfach weiter auf Hanna zu, blieb nicht stehen, wie es der Anstand geboten hätte. Im nächsten Moment standen sie so dicht voreinander, dass sich ihr Atem mischte. Jakob gab Hanna keine Chance, zurückzuweichen. Er legte seine Hände an ihr Gesicht, schob die Finger in ihr weiches, duftendes Haar und küsste sie. Es ist mir egal, dass du wieder gehst, flüsterte er. nur Millimeter von ihren Lippen entfernt, als er sie wieder frei gab. Tja, und ob die beiden wirklich zueinander finden und ob Hanna vielleicht sogar am Tal bleibt, das müsst ihr selber rausfinden. Das ist, wie gesagt, der erste Teil der Mühlenschwestern-Trilogie. Der zweite, das ist Rosas Geschichte, die erscheint im Juli und im November könnt ihr dann auch nachlesen, was Antonias Geschichte ist. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann denkt bitte an euren lokalen Buchhändler. Viele Buchhändler haben inzwischen einen Online-Service oder liefern die Bücher sogar mit dem Fahrrad aus. Denkt da bitte dran. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis bald.